jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja Leute im heutigen Video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz einfach seltene Designs auf euren Auto bekommen könnt ja das geht mit leider nicht allen Fahrzeugen das geht um genau zu sagen mit 14 Fahrzeugen mit welchen Fahrzeugen das geht die Fahrzeuge werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung ja reinschreiben könnt ihr euch da auf jeden Fall mal nachschauen unter anderem könnt ihr das mit diesem Nightchuck machen und ja da könnt ihr halt die seltenen Designs drauf machen unter anderem auch dieses Schneeflocken Design was ihr auch da gerade im Hintergrund seht oder auch das Galaxy Design Nackeltafel Design also ihr braucht dann das jeweilige Spendeauto und zwar ist das dieser Maxwell Vagrant ja der Maxwell Vagrant damit es funktioniert auf jeden Fall und es funktioniert auch mit dem Hotdrink Sabre aber bei dem Hotdrink Sabre müsstet ihr euch die Designs erst freischalten und bei dem Maxwell Vagrant habt ihr die Designs von vornherein schon freigeschaltet und ja dann lasst uns einfach direkt los starten begibt euch einfach ja entweder in der Arena Werkstatt oder in irgendeine Türen in der Werkstatt da wo ihr ein Auto modifizieren könnt begibt euch einfach dann in den Maxwell Vagrant rein das ist dann jetzt das Spendeauto von wo wir das Design dann gleich übertragen werden so als erstes werden wir jetzt irgendwas an dem Fahrzeug ändern ich ändere kurz die Panzerung irgendwas günstiges ändern dann gehen wir auf Designs und hier bei Designs könnt ihr dann 14 Designs euch auswählen welche Designs das jetzt auch sind das werde ich euch jetzt auch auf jeden Fall zeigen bei der Nummer 22 fängt es an 22 ist das Skull Design die Nummer 23 ist das Nackel Duster Design die Nummer 24 ist das Bulli Design die Nummer 25 ist das Rockstar Design Nummer 26 ist das Red Tartan Design die Nummer 27 ist das Galaxy Design die Nummer 28 ist das Christmas Carmo Design die Nummer 29 ist das Zuckerstangen Design die Nummer 30 ist das Schneeflocken Design und die Nummer 31 ist das Nistelzweig Design die Designs werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal da in der Videobeschreibung reinschreiben könnt ihr dann auf jeden Fall noch mal nachschauen wenn ihr dann das jeweilige Design euch dann jetzt ausgewählt habt ja in diesem Fall möchte ich mir das Galaxy Design online holen das heißt ja in diesem Fall möchte ich das Galaxy Design haben das heißt ich gehe auf Nummer 27 blaues Tartanmuster da bekomme ich dann gleich das Galaxy Design dann einfach die Arena dann verlassen mit diesem Fahrzeug ähm ja wenn ihr jetzt irgendwie noch F1 Reifen oder Bennys oder sowas auf dem Fahrzeug haben wollt dann müsst ihr euch diesen Maxwell Bagrand dann vorher noch merchen ich hab's jetzt nicht gemacht weil ich hab eh alle Garagen voll und ähm ja ich möchte mir das Fahrzeug eh nicht merchen ich möchte euch das nur einmal ganz kurz demonstrieren wie das funktioniert ähm ja dann begibt euch dann auf jeden Fall mit einem Freund ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund wie es bei den anderen K2K Merchglits natürlich auch ist begibt euch dann einfach mit eurem Freund zum LSK Miet seid ihr im LSK Miet angekommen steigt ihr in den Maxwell Bagrand ein steuert kurz nach rechts um das Fahrzeug zu modifizieren jetzt ändern wir irgendwas wieder an dem Fahrzeug ich ändere jetzt gerade einfach die Panzerung irgendwas günstiges ändern so sind wir jetzt wieder angekommen sagen wir unserem Freund Bescheid dass unser Freund jetzt in sein Auto einsteigen kann unser Freund ist auch im LSK Miet drin er steigt jetzt in sein Auto ein und geht dann einmal ins Interaktionsmenü geht dann auf LSK Miet und startet dann einmal das Sprintrennen dann müssten wir eine Einladung bekommen diese Einladung die nehmen wir dann ganz einfach an Handy öffnen Einladung annehmen jetzt seht ihr unten den Counter ablaufen genauso wie bei dem anderen K2K Merchglitsch wenn der Timer bei zwei Sekunden ist muss unser Freund einmal X durchspammen ist nur ein kleiner Timing Quad aber nichts schweres so er spammt jetzt X durch dann werden wir jetzt gleich einen schwarzen Ladebildschirm bekommen einen unendlichen Black Screen das ist auf jeden Fall perfekt jetzt kommt der Freund ins Spiel der sich in einem anderen Zielmodus befindet ihr könnt ihr auch gerne den Bot benutzen werde ich euch auch dann in der Videobeschreibung auch dann verlinken das ist gar kein Problem alle Meldungen die jetzt kommen die können wir ganz einfach mit X alle bestätigen haben wir jetzt diesen verwockten Zustand öffnen wir einmal das Interaktionsmenü und wir gehen dann einmal Selbstmod dann werden wir wieder sichtbar auf der Map erscheinen ist auf jeden Fall perfekt öffnen einmal Options gehen auf die Karte und dann starten wir einmal eins von den beiden Rennen da oben entweder das Rennen oder das Capture da oben starten wenn euch das nicht angezeigt wird dann müsst ihr auf jeden Fall in eurem vorher Interaktionsmenü dann geht ihr auf Markierungsoptions und dann müsst ihr die Jobs auf Anzeigen einstellen dann werden euch die Jobs eigentlich auch angezeigt wenn nicht habt ihr euch zu viele Jobs markiert und dann müsst ihr einige markierte Jobs löschen dann werden euch die Jobs auf jeden Fall angezeigt den Job hier können wir dann ganz einfach verlassen brauchen nichts zu ändern dran und wenn wir jetzt spawnen sind wir verglitscht und können uns jetzt das Auto merchen wir begeben uns in die Garage wo das Auto drin steht und zwar es funktioniert nicht mit allen Garagen und zwar es funktioniert mit allen Firmengaragen mit allen Apartmentgaragen funktioniert es ja so ich fahre jetzt einfach meinen Nightshark den habe ich jetzt im Casino drin ja im Casino wenn ich das Fahrzeug schon gleich wieder ins Casino reinfahre dann ist es halt dann wieder ungemerged aber ich werde es euch jetzt nur zeigen wie man das jetzt merchen kann wie gesagt mit dem Casino geht es nicht wenn euer Nightshark zum Beispiel jetzt in der Apartmentgarage steht dann wird es hundertprozentig funktionieren ich zeige euch das jetzt nur zu Demonstrationszwecken wir steigen einmal aus öffnen dann das Interaktionsmenü hier geht es um unser CEO denn nun brauchen wir einmal den CEO Buzzard nun müssen wir wieder selbst mit gehen und zwar steigen wir wieder in CEO Buzzard ein warten bis die Rotorenbretter warten bis die Rotorenbretter sich drehen wir steigen aus laufen hinten ans Heck springen und wir gehen einmal Selbstmord wunderbar und wenn wir jetzt spawnen werdet ihr sehen dass sich das Auto gemerged hat und ja das Auto das fahren wir jetzt einfach dann in die Garage rein wieder wo wir es her haben und dann ist das Auto abgespeichert ist aber dann auch nur abgespeichert wenn ihr wenn ihr einen Massen wenn ihr einen Massenmerch macht wenn ihr ein Einzelmerch macht müsst ihr das Fahrzeug vor ihrem LS Customs dann abspeichern und zwar woran erkenne ich jetzt dass es ein Einzelmerch ist und ein Massenmerch und zwar bei einem Einzelmerch starte ich beim Verglitschen das Rennen im LS Car Meet und bei einem Massenmerch startet der Kumpel das Rennen im LS Car Meet und ja ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden Fall freuen wenn ihr mal ein Abo und ein Like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao